Ja, hi Leute, da bin ich mal wieder. Damals, als ich den M3 gekauft hatte, fiel mir nur eins auf, der Sound muss ein bisschen verstärkt werden. Dementsprechend bin ich dann nach Dortmund gefahren, weil unnahe Dortmund ist nicht so weit entfernt und bin zu Sydney Industries gefahren. Kennt ihr bestimmt von PS-Profis mit JP, die waren ja mal damals zusammen und ich dachte mir first einfach mal hin, Sydney bearbeitet, also macht was am Ausruf, bearbeitet den und ja, war ganz lustig, den mal kennenzulernen und er wollte dann wissen, wie laut soll der denn werden und damals habe ich gesagt, mach einfach volles Rohr, weil wenn dann schon richtig und ja, dann habe ich das so machen lassen, habe dann noch einen Kollegen abholt von der Schule damals und das Video habe ich dann für euch jetzt mal zusammengestellt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, würde mich freuen über ein Like, über ein Abo und wenn ihr weitere Fragen habt, einfach dann mit runter in den Kommentaren und in dem Sinne, viel Spaß damit und wir sehen uns die Tage, haut rein, ciao! So, das ist auf jeden Fall wie krass, Alter, das Ding ist abgeholt da nur. So, echt verwehrt. Ich bin gespannt. Jetzt halt nochmal fahren können, aber auf jeden Fall wie ein Zwischengas, wo? Ist echt. Keine. Und die Bulle, die ich darf nicht fahren, dann will ich die auf jeden Fall an. Das hört sich echt gut an. Das ist so krass. Ich hab dir bei Sitko gefragt, was willst du sagen, volles Programm? Ja, volles Programm. Bist du dir sicher? Ja, ich will. Es haben schon so viele gesagt, volles Programm. Und dann kam die nächste Zeit wieder an. Nein, mach lieber was. Gestern war voll happy, hat noch ein Video gemacht. Hat hochgeladen. Weil die haben da noch ein bisschen dran rumgeschraubt. Das wäre wohl irgendwie ein bisschen anders. Hatten die noch gemacht, den Auspuff irgendwie. Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall. Durch Tunnel gefahren, oder? Wieso bist du schon, Alter? Freunden, wir hinter mir die Weite hier. Alter, nur so gemacht. Ist das jetzt ein Klappenauspuff? Nein, gar nicht so. Deswegen ist der voll übel. Ich muss mich überlegen, ey. Er meinte, wenn es zu laut ist, könntest du noch mal kommen oder so. Keine Ahnung, ey. Wieso fällt das nicht so auf? Eigentlich nicht, oder? Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe, das hat noch zwei Euro. Das ist schon viel, viel geiler. Ich bin nicht voll. Ich bin nicht voll. Ich bin ganz hoch. So muss ich machen. Der ist ja nicht so tief. Ja schön. Das geht. Wenn du auf Gas gehst. Wahnsinn. Ich bin jetzt zum Tunnelflas. Ich bin nicht so schwer. 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 Das ist ja ganz mündlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020